Hallo liebe Fußballfreunde, wir sagen es Ende von Wiesong Finale von TSSV Ulm, Aufstiegrennen zur 2. Liga. 3. Liga 2023, 2024, 38 Spieltag, SSV Ulm gegen SC Ferrell, Ergebnis 4-2. Startelf von SSV Ulm, Siebold, Dahl, Reichert, Stumpf, Stoll, Brandt, Arad, Rosch, Schinsa, Higel, Jan. Startelf von SC Ferrell, Obrachan, Knorst, Patw, Mik, Olschiski, Van Beek, Nadie, Wolfram, Lokartea, Otto. Das war's von SSV Ulm gegen SC Ferrell. 9.19 Uhr, Wetter in Hahn, 18 Grad.